Wissen Sie, wo Ihr Nüssli-Salat herkommt? Mein Name ist Kerstin Schneider, Marktmeisterin der Stadt Lörrach. Ich stehe hier auf unserem Wochenmarkt und freue mich saisonal einzukaufen. Alle unsere Marktbeschicker kommen aus dem Landkreis. Über 80% ist Eigenproduktion und der Feldsalat wächst hier auch um die Ecke. Wenn Sie selbst nachhaltig, verpackungsfrei einkaufen möchten, kommen Sie uns besuchen, erleben Sie es selbst. Neuer Marktplatz Stadt Lörrach, Dienstag, Donnerstag und Samstag.